Hey Leute, wir haben heute für euch 6 spektakuläre und gigantische Tiere, die ihr gesehen haben müsst. Viel Spaß! Nummer 6 Dänische Doggen sind schon per se sehr sehr groß. Doch dieses Exemplar namens Zeus hat das Ganze auf die Spitze getrieben. Er war gigantische 111 und 8 cm groß und verdiente sich somit den bisher ungeschlagenen Titel als größter Hund der Welt. So ein Körper muss natürlich auch genährt werden, nämlich mit unglaublichen 12 Portionen am Tag. Und die 5 Ludo ist eine Maine Coon Katze und überragt bereits mit 16 Monaten seine Artgenossen. Die Adoptiveltern sind besonders stolz auf ihre Größe und die Katze scheint immer weiter zu wachsen. Sie wiegt ca. 11 Kilo und kommt auf eine Länge von ca. 114 cm. Na, hoffentlich hört das mit dem Wachstum irgendwann auch mal auf. Weiter mit der 4 Es wirkt wie von einem anderen Planeten. Big Jake ist 11 Jahre alt und wahnsinnige 2,10 Meter groß. Bei einem Gewicht von über einer Tonne. Es ist somit das größte Pferd der Welt und frisst sich täglich durch mehr als einen ganzen Heuballen und ca. 35 Kilo Hafer. Ein ganz schön teures Haustier. Nummer 3 Vor diesem Tier sollte man mehr als Respekt haben. Dieser Rochen wiegt nicht nur über 350 Kilogramm, sondern misst auch noch unglaubliche 4 Meter. Er ist der größte je gefangene Süßwasserfisch. Es dauerte ganze 2 Stunden, den Rochen aus dem Wasser zu ziehen und artgerecht aufzufangen. Jeff Corwin, der auch öfter auf Natursendern zu sehen ist, hat den Giganten aus dem Mekong in Thailand gefischt. Kommen wir zur 2. Die größte Wildkatze ist eine Kreuzung aus einem Tiger und einem Löwen und hört auf den Namen Herkules. Der Liga wiegt ca. 415 Kilogramm und ist über 3 Meter lang. Wenn diese Katze auf ihren Hinterbeinen steht, ist sie zweimal so groß wie ein durchschnittlicher Mann. Das wundervolle Tier kann in South Carolina im Wildreservat betrachtet werden. Und damit wären wir auch schon bei der Nummer 1. Medusa. Ein wunderschöner Name für die größte Schlange der Welt. Hierbei handelt es sich um eine Netzpython und sie ist einfach nur gigantisch. Und jetzt festhalten. Sie ist ca. 7,6 Meter lang. Medusa lebt mit ihren 8 Jahren in Gefangenschaft bei den Full Moon Productions in Kansas City, wo sie als Teil einer Attraktion namens The Edge of Hell mitwirkt. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden und lasst uns eine positive Bewertung da. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.